Ich hab wirklich total Bock heute, das ist, das ist, das merkt man auch, ich hab richtig Bock heute. Das fing schon heute Morgen an, ich hab heute Morgen beim Aufwachen, da hab ich schon direkt gedacht, ach, du Scheiße, heute musst du wieder arbeiten, aber, nein, das ist kein Problem, ich arbeite sehr gerne, ich arbeite generell sehr gerne, hab ich Glück gehabt, ich arbeite sehr gerne generell, ich arbeite generell sehr, sehr gerne. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen.